ja moin und willkommen zurück zu minecraft wir gehen erst mal schlafen danach bauen wir weiter weil ich möchte das gerne fertig haben vielleicht werden wir jetzt einfach auch nur einmal die schaufel nehmen das schon mal ausgraben könnte eigentlich aufbleiben aber die sehen irgendwie mega aus was schmales ausgaben würde sich eigentlich doof machen wie viel erde willst du haben ja ich glaube dass wir bei zwei tiefer müssen das heißt wir müssen noch mal so eine runde eigentlich müssen mit drei tief na gut gehen wir halt drei tief drei tief ich weiß das müssen jetzt alles verdammt dax alles raus ok hier kommt stein das ist nicht schlimm ach man ey was soll das ok wir wundern uns einmal drumrum auch wenn es ewig lange dauern wird das war einer zu weit ja das war einer zu weit mal zumachen jetzt sieht man das wird ein längeres projekt schon wieder zu weit das kannst du keinem erzählen das ist da wir sollten euch da hinten rauskommen so so jawoll ach der das ist wer mal ach schlunkel fackel dahin ja fackel hier hin und fackel dahin hier fällt noch einer und hier ok hier liegt stein wir werden das anders machen muss ich gucken ob das geht wir brauchen eine neue schaufel haben wir noch irgendwo was an der schaufel oder so ähm nö ne ach verdammt ja auch nicht aha es ist gerade sehr belastend dass wir das nicht haben ähm nochmal das nochmal rein ach ich denke mal vier werden wir auf jeden fall brauchen perfekt abgewiesen so was ist das kommt ne warte mal das kommt alles ins inventar das kommt alles raus das kommt raus so kommt alles jetzt was ist mein inventar hä was jagst da das heißt weiter geht's fuck ich wollte doch was gucken genau dafür brauche ich die gerade mal woher ach das ist doof obwohl so warte mal wir hatten noch hier irgendwo nur ein kleines experiment uuuuuh ja ja fühle ich fühle ich problem an der ganzen geschichte ist wenn du den jetzt den du nämlich wegnimmst und den kollegen unter sowas wie oh doch oh doch oh ja doch so machen wir das das heißt wir brauchen die planks und eichenholzwände und glatte steinstufe machen wir als nächstes hier was heißt denn kommt da 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 dann kommt hier wieder dann hier dann hier dann hier gold ja so machen wir das doch doch aber warte mal wir müssen uns ja der bleibt drinnen der muss der muss drinnen bleiben das ist der einzige der drinnen bleiben muss heißt wir müssten eigentlich die auch noch abtragen ich will aber erstmal einmal hier unten rum bauen ja so das heißt der bleibt so wie er jetzt ist bleibt er hier drinnen der wird auch nicht abgeholzt abgeholzt Garex naja okay wir müssen uns irgendwie eine liste überlegen wie wir denn nochmal hier rauskommen wir können uns einfach auch hier so hochbordeln das wird auch gehen oh aber so dann wäre können wir so lassen damit wir wissen ok die 2 so obwohl es ist eigentlich auch doof ne haben wir noch feiltüren nö nur die eine ach gut aber dann weiß ich schon mal wie wir das weitermachen ja der muss drinnen bleiben äh wie sehr willst du einen Fehler machen ich ja verdammte Ackes wir hätten erstmal drumrum bauen sollen oh man na gut fluchte Hacke so was kann auch nur mir passieren das ist gerade sehr peinlich ach guck mal da fehlt noch einer immer Ruhe okay ist halt für dich was heißt denn kommt hier noch einer hin dann brauchen wir bis hier hin also dem brauchen wir dann kein Dach machen das ist gut das heißt hier nochmal einen hin und runter so geht es weiter so geht es weiter Gott du Gott ist das Arbeit haha zu Kollege du sollst hier nicht rein und tschüss warum holen wir mal zu hau ab toll wegen dir du Affe mega das war jetzt meine Schuld na da steht da steht gelb da noch weg so toll so so wir hätten erstmal zubauen müssen oh man war ein bisschen gestört zu viel ist hier zu ja zumindest zeigt er das so an dass da vier Scheiben sind was habe ich denn jetzt aufgenommen mal verrottet das Fleisch nein gut einmal schlafen schnell ach man ey wie soll das denn ähm hier wir brauchen aber noch mehr Glas ich denke mal das werde ich alles offline holen aber ich denke mal ihr wollt nicht sehen wie ich hier andauernd nur Glasfarme und alles drum und dran kommen wir mal da hin ach was läuft hier rum äh was läuft hier rum äh 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 hat sie das auch gehört ich bin doch nicht taub oder was ich bin doch nicht taub oder was verstehe ich nicht ja gut das ist schon mal zu aber so das werde ich machen das sieht gut aus ja doch wir kleiden die wand hinten noch mit denen aus und sitzen die davor doch fühle ich bin schön alles untenrum noch mit stein also hätten wir noch einen tiefer müssen ach verflucht ja gut ja gut das ist echt schwierig mit Glas zu arbeiten machen wir das auch schon mal zu so so mal gucken oh nein ich habe einen Fehler gemacht ach verdammte Hacke müsste ich jetzt noch einen höher von das heißt das heißt wir gehen hier noch ein höher und setzen das dann so rauf oh man ey obwohl könnte man das so lassen dann setzt man hier vielleicht eine Fackel hin ja doch das geht ja doch 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 so machen wir das das heißt das heißt das heißt hier ja 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 was siehst du dass wir hier noch ein höher müssten ja hier müssten wir noch ein höher so wäre alles auf der gleichen Ebene wie hier das heißt das kann alles nochmal weg so das bleibt so das heißt das kann auch nochmal alles weg das bleibt weg so zack rein oh Gott jetzt oder weißte das Ding muss auch noch einen Ticken höher das heißt hier kommt noch einer hin geil ach Gott gut wir brauchen wieder Glas ich würde sagen wir essen es wir gehen erstmal nee wir haben ja hier noch ein bisschen hey ab da gut hier haben wir unsere Anholstelle das kann ja noch was werden ich wie gesagt mit Glas zu bauen ist glaube ich auch so tricky ich weiß es aber nicht aber wenn es euch gefallen hat es ist etwas mal eine etwas kürzere Folge aber trotzdem falls es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da und bis dann haut erstmal rein auf Wiedersehen und ciao die 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 Vielen Dank.